okay wir machen das jetzt noch mal ja okay alter was hast du da gebaut was ist ein ego das ist einfach mal sein ego das ist ziemlich groß was ist was ist eigentlich dein problem das sollte ich dich fragen also was ist dein problem was ist ein problem was was meinst du mich immer doof von der seite anzumachen ganz ehrlich verdient ich hab netherwarzen ich hab ein schadenskippsganner willst du da mit dem wasser aufklären es könnte sein dass unsere verbindungsbrücke jetzt gleich kurz gesprengt ist hier ich hab ein schadenskippsganner wow und ein piggy backpack ich weiß jetzt was diese tnts von dark utilities machen was machen die explodieren werde ich euch nicht verraten die sind nämlich super lustig die explodieren ja aber nicht wirklich also es ist nicht alles was sie machen die schleudern nicht in die luft nein die ficken dein leben warum habe ich jetzt an sich sache äh nein scheiße scheiße ah da hab ich noch wenig oh oh hatte ich gerade was hatte ich gerade PBE in die Augen warum ich dachte ich würde rumbefallen dann hätte ich gelachen ungefähr so haaa haaa hehehehe melvin holz ich warte immer noch auf die lieferung ey du bekommst die blöde lieferung nicht mehr ja doch ich brauch die es hat sich ausgeliefert auch noch holz was ist was ist los mit dem warum hast du was gegen heute sie jetzt geht's los hier noch also an alle die das video sehen geht's zu melvin auf den kanal und hattet ihn die drecksau nein doch nein hast du mich so abgrundtief ja das ist fies aber auch lustig der aufnahme gibt es den 1 was ist 1 ok ok also ohne schlagen und treten will empfindlich wir können auch gerne in der aufnahme machen wo ja ich brauche eine arena wir nehmen die kleine insel da hinten nein die wird nicht reichen ich werde einfach nur von dem flieger arena bauen nein ich wenigstens was zu tun lasst mich es ist deine schule ich wollte ich komme nicht dazu die tinker schmelze zu bauen warum ist hier keine kohle drin was was gleich wieder ausmachen glaube ich ist gewittert wieder schon zum vierten mal so höre so hörst du dich ein wenn du abends im bett liegst und an sarah denkst aha 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 am besten sag ich gar nichts mehr tja das problem ist sarah wird die folge gucken ich werde sie darauf hinweisen ich mache hier gar nichts so melvin also jetzt noch kriege ich jetzt endlich mein holz er hat gesagt er sagt gar nichts mehr es war also keine verneinung dass er das macht melvin holz melvin holz ich hab jetzt gerade richtig das glück gehabt ich habe nicht eine smiling cloud bekommen ich habe direkt zwei bekommen aus einem blut ding kann nie sein so ein schwein meine insel wird hier einfach nur noch von diesen wolken nur in der luft gehalten jetzt muss ich mir alles auf die picke machen wegen dem eh nen scheiß block geh weg baum du nervst hey mommy gib mir bier es gibt sogar bier hier drauf echt naja es ist beim servicecraft drauf kannst du bier herstellen ich hab jetzt noch das rustic bier gedacht ach ja das gibt es dann auf steampunk das ist das gute bier wenigstens ja ich hab ein achievement melvin nicht getting an upgrade ja ich brauche für diesen einen scheiß oder so zwei slaps hat wirklich ne picke ja das ist so so jetzt kein f drücken und jetzt meine insel weg so ich mach die insel jetzt eik und tyrox sicher was heißt jeder zweiter block ein anderes material dass du ein schachbrettmuster hast oder so nee ich baue jetzt einfach einen zaunturm oder so doch 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 das ist schon eigentlich ja bloß dass ich immer nur eine möglichkeit finde rüber zu springen das problem ist bloß wenn dynamit dabei ist ist sowieso am arsch ich sag dir nur äh sinkhole bei forrest aha als du ins dynamit gerannt bist ja es ist dynamit dabei ja es ist dynamit dabei hehehehe tyrox es gibt dynamit von steves karts 2 keine ahnung was die machen kann aber tyrox noch wie machen wir das in staffel 2 von forrest woraus na fliegst du dann wieder einfach so in die sinkhole rum und wir müssen dich retten was für eine sinkhole na in den großen kessel ins große loch ach so äh einfach auf einen schönen rückenpanzer setzen hey ich dass er das jetzt erst kapiert ich hatte halt äh wir waren in einer höhle wo es die in der sinkhole ist und ich hab ein dynamit in seine richtung geworfen und er ist halt in die höhle äh in den kessel runter geflogen aber genau im wasser gelandet oh und dann musste man erstmal retten gehen das war halt sehr lustig na ich dachte du meinst jetzt wo ich äh wo wir bei dieser komischen looter sind wo es die äh moderne achs gab ähm da hab ich ja die ganze zeit ähm melbe mit äh mit dynamit äh mit geworfen naja und du hast äh ich hab ja dann auch immer die dynamit in ach keine ahnung welche höhle das war aber ich hab dann auch immer die dynamit geworfen und du bist dann in die äh sinkhole runter gefallen und wo wir dann gesagt haben das war cassis schuld ist mir egal ich bin allein raus du bist gar nicht alleine raus gekommen wir mussten dich retten ich bin alleine groß hab ich gesagt weil wir halt einfach was just for fun dass wir ein tor von draußen öffnen durften und uns dreimal verlaufen haben naja jajajajajajajajajajajajajajaja aber gut ähhh hier kommt der kiste hier gibt es nicht richtig hier gibt es nicht herrpolitik 9 läuft. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann einmal hier lang. Ey, wie wenig halten sie so schön aus. Sehr wenig. Dann mal 3,5. Ja. 81 nur. Es gibt... Ich hasse das. Ich hasse das, wenn sich die Haarslots nach unten baggen. Aber es gibt Diamantschälen. Es gibt Amoralschälen. Die kann ich jetzt dafür benutzen. Nein, darfst du nicht. Eigentlich hätte ich die Haarslots nach unten. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 4. Melvin, lebst du noch? Nein. Ja. Warum lebst du noch? Darauf habe ich gewartet. Oh mein Gott. Ich dachte, du hast die Schlange ins Loch gefallen. Aber warte mal. Jens, nichts. Ich komme gerade selber durcheinander. Ja. Ach stimmt, ich muss ja noch einen Hauber machen. Scheiße. Oh Mann. Kriegen Urlaubs. Ich baue jetzt ernsthaft gerade das Ding zum Spawn für Tiere. Warum? Ich will... Ich will die scheiß Schmelze bauen. Was hält mich davon ab? Alles? Ja, ich kriegs mit. Wo ist denn ich? Ich spreng jetzt meine Brücke zur Mitte. Das ist so hier, oder? Ich muss halt auch noch dort sein. Warte mal. Gras sieht's. Ja, das ist sie. Ja, gib mal. Gras sieht's bekomme ich aus Erde. Ja. Ja, okay. Tarrox, komm mal her. Warte ist's. Ich spreng jetzt hier den Block. Ja, warte, 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 warte. Ich hab'n Leck. Bin ich noch auf der Brücke? Ja. Gut, weil ich hab'n Leck. So, Flint. Nein, bin ich nicht! Flint. Nee, jetzt nicht mehr. So. Und... Zünd doch endlich. Okay, ich bin full. Warte, da war Gras sieht's. Sehr schön. Ja und? Das ist LOL TNT. Das ist... Das ist... Ich weiß, was es macht. Äh... Das... Das ist ja langweilig, wenn du weißt, was LOL TNT macht. Nee, weil eben davon irgendwie auf mein Ding... Auf meiner Insel war, deswegen... Denk' ich mal, dass das LOL TNT ist. LOL. Wow. Oh... Ja, auf geklenkten Gebieten macht's da so nichts. aber ich brauche jetzt mal licht ja schon ausgetestet was ich das ersten wollte also ist schon in ordnung alles okay ich hab sechs jahre ich hab sechs jahre leute ich hab sechs jahre ich hab sechs jahre die hexe ist weg die hexe ist weg die hexe ist weg ich brauch halt ne axt oder geht das was so was geht oder so ich hätte ja jetzt ne black quartz axt gegeben mir fehlt die halbe insel ernsthaft da war wohl doch noch irgendwas miteinander verbunden scheiße ja gut das war's dann mit dieser folge bis zum nächsten mal ja 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 ja